und ein paar accessoires haben wir auch gekriegt briganten angriff halte die waffen bereit ein übriger kann man der briganten nähert sich dem doof wir warten jetzt schon mit neuen absichten story quest wölfe vor den toren interessant sowas gibt es auch okay was machen wir denn jetzt ist das fast geschafft was ist das denn und vielleicht auch vergeltung nehmen anstatt zuspruch naja das ist auch nicht war beim zuspruch aus noch wo bist noch was kann man mit ihnen machen was kann man mit ihnen machen bin ich auf maximum habe ich das eigentlich brauche ist eine andere sache schon wird es teuer die sachen sind deutlich teurer das finde ich kacke das ist mir egal unwichtig auch egal unwichtig unwichtig auch unwichtig eher das nach und nach die helden mal verbessern was ist das denn jetzt ist die ein überverkommender des briganten stürmt im rasen sondern auf seine ok müssen wir nicht gleich machen langen veteran jetzt habe ich die gerade jetzt habe ich die gerade ich glaube auch ohne ihn gehen ich glaube auch ohne ihn gehen halbwegs ist der perfekt eigentlich geeignet für für sachen vorne ich verstehe ich verstehe das sollte man nicht ignorieren aber jetzt innen ich bin weil ich bin der Park ja den brauche ich das ist mir egal das Geld weg ist den brauche ich gerade besser Ich weiß nicht, was ich da ist vorne ist, was ich da ist. Okay, deine Sachen. So konntest du, glaube ich, alles machen. Das sollte ich vielleicht auch noch mal einsetzen. Du kannst alles einsetzen, schätze ich mal. Jetzt haben wir die Ausrüstung. Ah, das nehmen wir mal weg. Ja, mehr Schaden ist schön, aber... Das ist, glaube ich, für dich gerade besser. Kann ich das Ding eigentlich verkaufen? Noch mal so als Frage. Könnte ich verkaufen, ja, aber... Stress ist jetzt gerade nicht dein Problem. Ich nehme vorsichtshalber mal... Ich weiß nicht, wie weit das geht. Ration nehme ich auch mal mit. Der kann bestimmt einiges. Oder ich kämpfe direkt gegen ihn. Kam der jetzt, weil wir... das Dorf so weit ausgebaut haben? Das stecken wir weg. Okay, der ist noch einmal dran. Der ist so gut wie tot. Der ist jetzt auch tot. Der ist so gut wie tot. Der ist so gut wie tot. Das ist so gut wie tot. Schwach gewesen gerade. Sei wütend. Das war auch ein Level 6er Quest, oder? Das war auch ein Level 6er Quest, oder? Das sind doch mal schöne Sachen. In Radiance finden wir die Erfolg. Was ist das denn? Schwachsinn dabei ist ja. Wollen wir es bei dem da, der schwachsinn nimmt mich. Suche eine schreckliche Anwalt, kann nicht unantwortlich sein. Meine Rechnung ist, wie der Fall ist! Kommt her, holt euch ein Stück vom Gui-Nan! Ein momentliches Abwechslung. Und jetzt holst du ihn nicht hinzu mit. Als der Gäste falle, der Gäste hofft. Ja, ja, der ist der Ficker da. Entsposiert zu einem Kötzungsflug. Obliteriert. Wir sind irgendwie nicht so stark, wie ich erwartet hätte. Der ist noch einmal dran. Der war wahrscheinlich ein Eilschutz. Könnte ein Eilschutz werden. Ich kann ihn eh nicht angreifen. Obwohl der Hund müsste eigentlich das ignorieren können. Unnerved. Unbalanced. Aba. Ot, wo der Dschung ist. Uff. Dschung. Der Schmerz steigt. Es zuvor. ich verstehe das ist ganz anders als ich erwartet hätte das ist cool das ist doch richtig richtig cool ich werde auch ein bisschen aufhalten wegen meinem Stress ja, das hast du verdient, du Dreckschwein ja, ein Eisschuss aber der ist relativ hart, du kriegst es wahrscheinlich wir taub mal in ihn da dass er einfach noch nicht mehr drankommt das ist mir schon ganz wichtig, der ist dann eh tot getroffen aber kein Schaden gemacht Du bist eh tot. Kompassion ist eine Rarität in der fehlenden Zeit der Krieg. Gut gemacht. Er macht jetzt aber Eiltschuss auf ihn. Das ist aber relativ sinnlos. Das brauche ich eigentlich nicht. Der Weg ist lit. Der Weg ist klar. Wir rechnen uns mit der Strecke nach vorne. Der Weg ist ein Fisch. Rotzen. Und danach sollte er sich auf das Meilen. Ja, das war ganz gut. Könnte ich das töten? Eher nicht, also... Machen wir lieber erstmal den. Das kostet Stress. Der muss weg. Hör doch mal auf damit. Mach ihn kaputt. Krieg ich leider nicht. Hör auf zu heulen. Du hast es nicht anders verdient. Gut. Und du hörst auch mal auf damit. Das nervt mich. Der Stress könnte übel werden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir... Was ist das Problem hier mit Stress kriegen? Was soll das da loswerden? Oh, wenn ich so weit geht, ist er... Okay, das ist okay. Ich hätte eine Runde vorher gebraucht. Da liegen Unterlagen wahrscheinlich... Du bist halt sowas von tot. Der Stress ist nicht gut. Das hält aber aus. Der erste Fitter. Und es scheint ihm zu gefallen. Das war verdammt gut, Mädchen. Wie die zuschlägt. Success so clearly in Sicht. Oder ist es nur ein Trick der Lichter? Das mit und das liegen. Was? Was? Dämonischer Kessel. Und es geht anscheinend nicht weiter. Ich nehme mal die Vergiftung weg. Sehr selten. Das ist doch um einiger schwieriger, als ich erwartet hätte. Oh nein, die habe ich gerade weggeschmissen. Verflucht. Oh, ich glaube, das geht nicht gut aus. Ja, bestimmt gleich einen gequälten Helden. Mit unseren Werkzeugen, musst du auf Fleisch und eine indefatigbare Art. Nein. Oh, da habe ich dich schon verbraucht. Und gerade jetzt wird es dunkler. Grievous Injury. Palpable Beer. Oh, jetzt habe ich gleich zwei Ideen und durchdrehen, oder? Oh, mit dem Gesicht würde ich mich auch verstecken. Oh nein, ha? Das ist doch wohl ein scheiß Witz. Die Wände sind geschlossen. Die Schäden schreien eine Konspiratie. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Gut, den ersten haben wir schon mal. Ja, wenigstens, ihr geht es noch einigermaßen gut. Holt mich! Der muss weg. Ja, die Polikets. Ja, die Polikets. Das ist einfach nur sinnloses Gelaber. Scheiß egal sein, das war dir eigentlich. Gut gemacht. Ach ja, die kann sich auch so heilen. Das habe ich ganz vergessen. Der Arktweich hassen jetzt. Der Hacker schlägt zu. Die Krieg. Vielleicht der Rennpunkt. Oh, gut, jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt einen Spaten gekriegt. Danke. Ich muss das alles zurücklassen. Also der ist nicht so schlimmer. Ich weiß halt auch nicht, wie... Ach, Mut zur Lücke. Hoffen wir, dass es hier endet. Wir sollten einmal Beowulf töten. Ich glaube, das ist er. Feuer frei. Ich glaube, der holt sich Verstärkung, oder? Äh. Das ist, glaube ich, nicht gut, oder? Was ist das denn? Pass voll Bomben. Das sollten wir vielleicht mal weg machen. Well struck. Gegenschlag. Powerful blow. Was macht sie jetzt? Ah, okay. Holt sie euch. Oh. Okay. Du machst erst mal den hier. Damit du gezeichnet bist. Turmshell. Ach, und der schützt den auch noch. Hä, was? Du, du Pisser. Den Krieg wurde er nicht betäubt, oder? 40% Chance zu betäuben. Oh, ja, gar nicht schlecht, glaube ich. Hey. Hallo, du bist betäubt. Wie machst du das? Ich weiß, dass das bestimmt nichts Gutes ist. Präzision. Ja, ich glaube, das wird nicht gut gehen. Tatsächlich war das ein Akzeptabler-Angriff. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kann er sich nicht heulen. Das finde ich sowieso sinnlos Und ich habe auch Die Zeit ist um was denn für eine Zeit Verdammt nochmal, ich hatte gar keine Und bin ich auch irgendwann mal wieder dran Das wäre ganz nett Wenn ich irgendwann mal wieder angreifen dürfte Wie viel Angriffe hat der jetzt gehabt? Der war doch jetzt drei oder viermal dran Wenigstens, obwohl er bloß zwei Angriffe eigentlich hat Blöde Kuh hat sich natürlich selber Zum Ziel gemacht Halt doch mal die Schnauze Eine brillante Konfluenz Er kann immer noch einschützen Die braucht ganz dringend Heilung Vielleicht muss ich ihnen auch eins vorschicken Wenn ihr wenigstens mal die Schnauze halten würdet Der Schad ist echt nicht so schlimm Okay, das Ding kann man auf jeden Fall ignorieren Aber Ihn müssen wir ganz dringend angreifen Schnauze Warum könnt ihr nicht einfach die Klappe halten? Ich sollte Moment, ich hätte ihn angreifen sollen Dann wäre er getroffen worden Ich dachte, ich ist ausgewichen Okay, machen wir den Bei ihr stand gerade ausgewichen Okay, wir greifen ihn jetzt an Er hat keinen Bonus dadurch Die Bomben sind mir relativ glatte Und vor allem geben die sich gerade absolut gegenseitig Stress Das missfällt mir sowas von Gut, endlich mal was Tolles Okay, wir greifen jetzt ihn an Oh, nicht gut Ihr könnt gleich sterben Ah, sie hat noch Genau deswegen Das hätte ich eine ganze Zeit machen sollen Ich hätte Zeit ist um Nein, Schlapphof Okay Ah, jetzt habe ich seit vier Paranoide Ah, wirklich Paranoide Mein Herz liegt auf der Präsentation Sie wissen alles Ja Einmal Herrung für dich Denn du brauchst es gerade wirklich Der Schaden ist akzeptabel für ihn Für sie allerdings nicht Vielleicht muss ich dann notfalls ein bisschen kurz tauschen Oh, ja Er hat mir Sorgen Ich bin das Jetzt tötet den Da macht es auf jeden Fall nicht mehr so lange Weißt du was? Ach, er schützt gerade keinen mehr So ein Mist Kann nur nach vorne Das ist auch kacke Wenn ich jetzt einmal einen weg Ja, genau das hilft dir jetzt Sehr gut Das kriege ich jetzt gleich Ach so, er holt uns hier an neun Die Quiri wird es nicht mehr lange machen Ist doch furcht, oder? Und geht bitte auf ihn los Hä, was bitteschön war das denn? Terrible Vistas of Emptiness Reveal themselves Äh, nicht gut 27, hast du die gehabt? Nein Und jetzt der true test Halt fast Orak Spire Oder auf ihn, natürlich Er ist fast tot Wenn ich das von Anfang gemacht Hätte ich ja viel weniger Probleme Jetzt könnt sie sterben Ja, das wissen wir Der ist gleich tot Aber der ist auch gleich tot Er hat nur noch einen Lebenspunkt Ich lasse mal alles drauf Sehr gut Errungstab freigeschaltet Gestört Rollstuhl und Schafspelz Das mit dem Gestört hätte ich nie gedacht Dass ich es hinkriege Ehrlich gesagt Man muss mit vier gequälten Helden Ein Boss töten Ich hätte es nicht gedacht Aber wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Ich hätte nie gedacht Dass ich die Errungstabend Ich will hier weg Boah, Alter Boah, das war Das war richtig Bösartig So richtig Die müssen jetzt alle Erstmal ordentlich einheben gehen Na ja Tollwut Keine Ahnung woher Und er Michael Und er ist eine